Ja, herzlich willkommen zurück zu... ...Liefer Speed Run! Ja, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, wir machen Wiegel, wir machen weiter, wir werden Spaß haben. Aktuelle Position 181, 150 müssen wir schaffen. Etappe 2. Ja, genau, das werden wir hier hinkriegen. Wir sind immer noch in, äh... ...auf einem Pass. Durchschnittsgeschwindigkeit 229 kmh. Okay, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Wir werden so failen. Ja, jetzt kommt der nächste erstmal entgegen. Oh, ich kann mal mit der Musik überhaupt, äh... Ich hoffe, gerade noch in Trisch. Mal gucken, ob die klappt. Schöner Wasserfall. Uuuuh... 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 Verpitt dich! Verpitt dich ruhig! Trotzdem spürt ihr hier aufhält, dann komme ich nicht weiter... Ah, über 78 Kilometer vor mir. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob wir hinkriegen alles. Manchmal muss man doch ein bisschen hinterbleiben und nachher kann man die so hoch. Ich weiß das noch. Ach, scheint hier nämlich abgucken. Aber den hat er nicht gebracht. Okay. Argelog, was ich denn überholen muss. Das ist mein großer Gegner. Das ist natürlich ein Penner. Okay, haben wir gepackt. Wir haben's gepackt! Yo! Wir haben den, er besiegt. Wir haben ihn besiegt. Jetzt geht weiter. XP erhalten. 425. Jawoll! Das hätte übrig immer noch 5. Ein Glück. Okay, run fortsetzen auf jeden Fall. Ja, wir haben ja gerade erst gestartet. Wir sind gerade 3 Minuten. 3 Minuten 15. Okay. Guck mal, wie weit wir noch sind. Bis New York? Wow, 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 wow. Aber da kommen noch viele Sachen. Schöne, schöne Dinge. Also ich hab nie... Die hätten nochmal sowas machen müssen. Statt immer so Rennstrecken. Finde ich. Auf jeden Fall richtig geil. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich find das nicht richtig. Ich glaub... Im Kampfrennen musst du gegen die Uhr fahren und den Gegner einholen und überholen. Sorge dafür, dass du in Führung bist. Wenn der Timer abläuft. Haha. Jetzt kommt ne geile Strecke. Ich glaube, das ist richtig hart. Glaub ich. Na ja, gucken wir mal. Kampf den Bergab. Jetzt geht es nämlich. Ey, wow, wow, wow. Jetzt geht es. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er das hinkriegt. Das war jetzt so schwierig, glaub ich. Ich hab den kaum gepackt, glaub ich. Ja, das stimmt so war das. Ja, genau. Au, au, au. 1 vor 3. Oh, je, je. Das wird noch was geben. Das ist doch heftig hier. Wo ist er denn da? Da ist er. Oh, eine Minute. Da muss ich nicht mehr schlafen. Ich muss betriften hier. Das ist das Problem. Jetzt komm ich nicht um die Kurven. Na ja, schauen wir mal. Vielleicht gehen wir uns hin. Na ist er. Der Idiot. Fuck it, ey. Komm, abmarsch. Weiter, 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 weiter. Fahr, 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 fahr. Führung halten. 24. Scheiße, ey. Oh. Der letzte wird schwierig, glaub ich. 5 Sekunden. 10, 9, 8. Hau ab. 4, 3, 3, 3, 1. Okay, den haben wir schon mal. Der letzte Sieg noch. Das ist schwierig. Rein ich. Das war schwierig. Nein. Schau mal. Na, schauen wir mal. Match gehen wir doch. Aber geile Strecke. Geile Strecke, wie, wie immer. Ich hab schon die richtigen Spiegel Idee. Ja, ich habe zwar das Ding und das habe ich jetzt besser anders gekriegt. Na, gucken wir mal, ob wir die Führung halten können. Schauen wir mal. Weil wir sind noch nicht am 4 hier. Unsere Träume. Ich höre ihn schon. Okay, ich habe doch geschafft. Das habe ich damals immer und immer wieder gemacht. Jetzt bin ich das erste Mal durchgekommen. Was ist das denn? Natürlich fortsetzen. Ey, letztes Mal, boah, da habe ich das gar nicht gepackt. Boah, jetzt bin ich voll durchgekommen. Wahnsinn. Was haben wir da? Etappe 2. Nationalpark beätet. Nationalpark beätet. Freigeschaltet Nationalpark-Challenge-Serie. Profil-Symblo freigeschaltet. Etappe 2. Etappe 2. Auto-Locker. Erster ran gegen Freunde. Ja, gut. Und das ist... Na klar, machen wir weiter. Nächste Etappe. Ah ja, jetzt machen wir. Jetzt machen wir Richtung Las Vegas. Death Valley. Death Valley. USA. Da sind wir in die nächste Etappe reingeschickt. Mal gucken. Benutzer Reset 1. Na ja, gucken wir mal. Wie wir es hinkriegen. Zurück links, Distanz 302 Kilometer. Uah, schon voll am Gehen. 215 kmh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich da durchkomme. Weil ich bin zu langsam müde, wäre gescheit. Aber hier ist natürlich eine gute Kurve. Nicht gerade. Es hat immer noch die BMP. Ich muss mich auf der Straße bleiben, ob ich überhaupt habe. Das ist nicht gut zu machen. Ja, ja, gut. Der stört. Ja, ich habe die Kurve durchgekriegt. Ich habe gedacht, das ging geradeaus weiter. Scheiße. Na gut. Weiter geht's. Hier, jetzt ist es gerein. Kann passieren. Kann passieren. Scheiße. Ja, jetzt ist es schon schwierig. Schon schwierig. Na gut, gucken wir mal. Vielleicht gehen wir es hin. 5 von 10. Du brauchst ja schon gelettene Fahrzeuge hier. Okay, wieder auf der Straße. Wunderbar. Nachmarsch. Ja, aber war mir klar. Ich hatte schon den. Auch ohne Brülle. Ich habe immer noch keine Brülle auf. Ach ja, komm ey. Verstört. Scheißdreck. Siehste, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Aber ich habe auch gerade irgendwo anders hingekuckt. Nein, ich glaube, ich gehe mal hin. Boah, du schnackgesicht. Ich sehe ich schnell. Und wenn du so ein Fuß einmachst, ist es nicht fast genauso schnell dann. Die passen mich schnell die Geschwindigkeit an von dir. Also irgendwie. Knappaboh. 7. 10. Und wir gehen alle. Vorne. 2. 4. 2. 4.? 4. 5. 4. 5. 6. 6. Vst. 6. 7. 7. 4. 7. 7. Okay, okay, das haben wir auch wieder geschafft. Ah, schade, schade, ich hätte niemand best du durchgekommen. Na gut. 162. Ja. Set über 3. Fahrerschutz auf 5. Ich müsste gucken, dass ich jetzt 3 habe ich nur übrig. Du kannst jetzt aggressiv am Fahren mit Nitro aufladen. Er hört den fahrenden Gegen... Also er hört den Nitro verlor durch den fahrenden Gegenverkehr bei Nahunfällen in andere Fahrzeuge driften, einen Abkurs zu nehmen. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Na gut. Ich dachte, das wäre schon gewesen. War ja immer bei Nifu Speed, ne? Aber irgendwann hängen die Bullen hier im Nacken. Das finde ich auch mal cool. Es gibt es ja so in Amerika so eine Straßenrenne, wo dann die Autos so von da nach da fahren und dann versuchen die Polizei immer aufzuhalten. Das sind so Reiche. Junction Road. Ich habe zuerst den Landstorfer auf. Hier kommt Landstorfer. Jetzt ist es vor mit Fett. Das war die Sau. Einfach frei. Du, halt da. Ich bin so in der Nähe. Okay, okay. Ach, die Scheibe. Ich bin gleich nicht mehr. Scheiß Dreck. Genau dran gekommen, die Sau. Ach, fuck it, ey. Ja, komm. Manchmal fährt man auch auf die Lichter zu. Dann kommt man schon mal dagegen weg. Das kann doch nicht sein. Schon wieder da. Schon wieder da. Nein. Ey, ich kicke den Typen, ey. Das ist natürlich manchmal so ein bisschen blöd. Weg, das war der LKW. Oh Mann, oh Mann. Versucht man nur hier in diesem Teil zu bleiben. Nein. 90 Fuss noch. Ahhhh. Ahhhh. Die Flieger betriegt. Okay, hier kommt der Nächste. Vor 2 von 3. Hol die Gegner ein, jawoll. Du bist nicht so da gestorben. Geil aus. Fuck it. Man sieht ja kaum was. Achso, jetzt kommen wir wieder in die Stelle, wo ich auch immer gefailt habe. Ich hoffe, dass es klappt dieses Mal. Ey, du Sau. Scheiße, komm, 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 komm. Das kann doch nicht sein, oder? Zu langsam. Ja, ich habe auch dieses... Ah, ich würde... Okay, versuchen wir es nochmal. Ich versuche noch im Gegenverkehr bleiben, damit ich hier mal zugefußt habe. Sollte ich jetzt wecken von der Mitte-Seifel? Aber der Dach da... Ich habe den rausgepfeffert. Ich habe den rausgepfeffert. Komm, ich habe den rausgepfeffert. Komm, 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 komm. Ja. Ich habe das... Ich habe Glück gehabt, ey. Also ich habe gedacht, ich... Ich habe echt Glück gehabt, dass ich den rausgepfeffert habe. Oh, 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 oh. Na klar, Fortsetzen. Ja, so kann es gehen, aber wie gesagt... Scheiße, ich will auch so durchkommen, ohne jetzt, dass ich... Wie viel haben wir jetzt da geschafft? Durchschnitts-Hempo 2, 2, 2. Benutzer-Set 6. Ah, ja, ja. Scheißdreck. Normalerweise müsstest du mehr. Weil jetzt gibt es ja auch noch, ich finde, ich teil ja auf normal. Also gibt es noch schwer. Gut, leicht. Ja, leicht, ey. Wenn, dann machen wir es schon richtig. Was, normal. Okay, dann wollen wir mal gucken. Jetzt komm. Ach, Positionen gut macht. Okay. Letzter Gegner in 2. Ah, Bullen. Jetzt geht's los. Oh, hey, gib weg. Hey, die, die rammen. Die Fahrt... Die Fahrt vor, die ist direkt hinten, ne? Hast du es gemerkt? Schon wieder ein, der Idiot hier. Boah, was für ein Penner. Hast du es gemerkt? Hey, boah, die Deckel. Hier schnappt die doch nur die anderen. Warum nicht, warum ich mal wisch? Da holt euch selber weg, ey. Mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker, mach dich vom Acker, aber wacker. Mein Gott. Jawohl. Ja, nee, warte. Das macht dich. Das macht dich. Ich hoffe, das geht auf der Straße noch. Ich gehe die Fahrt mitrennen, ne? 4 von Acker, äh, 4 Stück noch. 4 von Acker, äh, 4 Stück noch. Okay, jetzt haben wir noch 5 von Acker. Ich brauche bald Verstärkung. Ja, Lex, wisch doch am Arsch. Geh weiter. Immer mit der Ruhe, Scy. Immer mit der Ruhe. Wir kriegen dich alle. Wir kriegen dich alle. So lange, wie du bist. Boah, du Penner, ey. Geh mal vor meiner Stoßstange. Hast du das gesehen? Immer, immer auf meine Stoßstange fuß. Jawohl. Die kommen immer direkt vor, meine Stoßstange. Hammer, ey. Hammer, krass. Aber geschafft. Mit Aach und Krach. Ein paar Mal rausgejumpt, aber sonst haben wir hingekommen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Niki, Mika, ja, genau. Niki und Mika stammen aus einer sehr unterschiedlichen Welt. Nach wie eine Mutter verloren hat, brach Niki so eine meiste Seite von der Garage. In der Fahrerarbeiter der Mechaniker. Ha, 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 ha. Okay, jetzt werden wir wieder, äh, mit zwei Leuten konfrontiert. Die Schwierigkeit, Schuhe, leicht, bietet also... So, muss ich einbeißen. Ja, guckst du, was? Jack! 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 Steig wieder ins Rennen ein! Abmarsch! Genug getankt! Los! Jetzt geht's los! Jawoll! Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschrittener und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis zum Ziel und zu gewinnen. Gewinnst du dagegen die bestimmte Rivalen, erhältst du außerdem den Schlüssel zu eurem Wagen! Abmarsch! Sehe war es auch nicht gerade leicht. Ich meinte nicht. Das war's für heute. Die Abgottung neben hat doch nicht funktioniert. Was macht das? Was macht das? Was macht das? Was steht denn da jetzt? Achtung, 2 Minuten Verdächtige entdeckt als nach Osten auf DIGI 95. Freie Einheiten zur Verfolgung melden. Fins die Arbeitsentwicklung, derzeit. Weiter geht's, weiter geht's, weiter, 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 weiter geht's. Gerade aus Zoll. Ja komm, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ja! Konzentrier dich Jack, wir müssen Chicago in die Top 50 erreichen. Ich werde gerade erst fahren. Ich auch. Mal gucken, ob ich mit dem WB weitermachen kann. Auszeichnung, jawoll. Nikke besiegt. Ich glaube, ich kann das nur an der Tankstelle oder so, kann ich das dann umtauschen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche auch, glaube ich, brauche ich nachher noch einen schnelleren Wagen. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Minus Reset 6. Las Vegas Boulevard. Die Vada. K. 3, K. 3, ihr lasst am Straßenrennen. Achso, hier war auch... Warum mehr Einheiten so vorn? Scheiß nicht den Weg. K. 2 Blocks nötig, Euro 20. K. 2 Blocks nötig, Euro 20. K. 3, K. 3, ihr lasst am Straßenrennen. Was ich gerade hab kurz zu dem, weil der hat mich gecloktiert, das Ding. Natürlich. Achso, ja, ich glaube, hier war ich auch ein bisschen überdress. Scheiß nicht den Weg. Nikkei, war ein bisschen sicher. Stand by. Ermittler C-73, wiederhole es C-73. Verstanden, Einheiten, 723 für Straßenspeller. Flüchtlinger, wenn unkontrolliert, lehre mich. 723, verstanden, sind auf Standby. Sichtkontakt hergestellt, Raus 6 in Sicht. Alle Einheiten auf ihn, holt ihn euch! Okay, warte auf, komm ich wieder zum Pullen. Kontakt 6 mit Ärger, ich versuch was an. Lokale Einheiten klar für Straßensperre. Vielleicht schon mit Straßensperre, aber jetzt sind wir durch, sind wir durch, sind wir durch. Kommt die Straßensperre. Kommt mal durch, kommt mal durch. Kommt rein. Alles klar. Alle Einheiten auf ihn, holt ihn! Kommt rein. Der Kerber kommt langsam an, er hält wie ne Maschine! Kommt rein. Wieder geschafft! Geil, ja! Wie cool ist das denn, ey! 50 bei Chicago, muss man werden. Rückwuch, ich reiche schon aus Stufe 6. Du kannst jede Polizeiverfolgung zusammeln. Kommt, Tickdowns, Polizei schwarzensperren, ausweichen. Okay. Weiter geht's. Better gehen, machen wir weiter. Die Folge mach ich noch zu Ende und dann geh ich ins Bett. Okay, wo sind wir jetzt immer noch? Äh, Las Vegas. North, North Short Road. Ich merke meine Augen lassen. Ich hab ja die Brille und wenn ich da ist, ich kniepe hier durch die Gegend. Achtung, alle Einheiten bestätigtes Code Red Straßenrennen. Checkt eure Displays für Spezial-Taktik. Soll in die Reihen halten, ist dabei. Wann der denn? Leckung aufgepasst. Er hält es an! Ein Rekt aus, Schick 10, 8.30, sofort! Nee, ich hab... Code 4, Fahrer festgenommen. Erwischt. Ja, ich hab... Ich hab's nicht gesehen, ey! Fuck it! Achtung, alle Einheiten bestätigtes Code Red Straßenrennen! Checkt eure Displays für Spezial-Taktik! Soll in ihre Einheiten, ist dabei! Sichernärzt nicht Eure 20! Er kommt angerascht! Das war nichts! Bereiche Code 3 Verfolgung! Er fährt nach oben schnell in eine Weisstraße. Ich bin auch im Einsatz von dieser EFG-Standball. Todeskampf. Stopp, erfolgt uns, das war nicht. Platz dahinter, ich hole ihn hier. Ah, wow, wow, wow. Mach auf auf ihn. Position halten, Position halten. Hey, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Bevorger, bleib dran, bleib dran. Erwischt? Hä? Wie erwischt? Er ist aus dem Wagen, er ist aus dem Wagen, Polizei! Wie kommen die Cops? Ach ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, pass auf. Pass auf. Jetzt kommt's. Okay, 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 okay. Äh, Y, 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 Y. Y, zwischen nur was gucken. Ah, 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 ah. Y, 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 Y. Ah, 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 ah. Ach, scheiß Dreck, ey, das muss ich genau wissen, was ich dir drücke. Okay. Ah, 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 ah. Es ist lon, es ist lon. So, weiter geht's mit. äh staged aaaaaaaaaa da war y oder was? hä? warte mal ich muss es mal kurz gucken a ne a y Oh ich muss A schneller drücken oder wie? He, verstehe ich jetzt nicht genau. Ich versuche es nochmal, du bist bereit wenn du es länger dauert, ah, ah, ah Ah, Lippenlon, und A schneller drücken, schneller drücken, aber Aaaaaaaaaah Jawoll, Lippenlon 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 PPP AXXX Jawoll Rüberjumpen Epsilon 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 Hinüber! Was soll das denn? Oh mein Gott ey! Das ist echt schwierig Das stimmt! Es sind geflogen! EXXXXX EXXXXX 8 Warte aus! X, 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 X! Ah, Y! Ach Scheißdreck, ey! Hie lieber! Ich hab gar nicht drauf geachtet, was ist denn jetzt los? Eben, Y. Äh, ach so. Oh man. Was hast du denn gedrückt? Okay. Y, ja, Y. Rechts oder links? Äh, rechts, ne? Ja. Äh, P, 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 P. Hier ist P. Ah, 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 ah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay. Das wär geil, wenn du das alles auf einmal hinkriest, ey. Das scheint bestimmt geil aus. Na gut. Ja. Ball zu brauchst du, okay? Naja gut, also Ich hätte es besser hinkriegen können Scheißdreck, na egal Das ist mir egal Ich hätte es besser hinkriegen können Okay Lambo Oder Porsche Laustin Martin Mal nehmen wir da einen Exoten Anspruchsvoll, Hunting anspruchsvoll, normal Sollen wir Porsche nehmen, anspruchsvoll Ich will normal haben Ich will normal haben Das war der Treibetellent Okay Das ist süß Ich habe es kohlen North Shore Road Ich kann es nicht mehr sehen Okay Du musst dir ein bisschen Zeit aufmachen Alles klar Oh Porsche Oh Porsche Oh 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 Weg von dem! Weg von dem! Ich bin cool, bop bop. Hey, nein! Oh, maaaannn, ey! Oh, maaaannn! Oh, maaaannn! Man hat's los, ey! Oh, maaaann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Eine Runde fahren wir noch und dann machen wir Schluss Eine Runde, eine Runde machen wir noch Okay, Markus, der Markus Stamm aus der Chicagoer Familie Ja, das ist ein kleines Arschloch 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 Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Oh! Was war das denn? Was brannte denn da an der Seite? Ah, scheiße, Alter. Was? ... ... ... ... ... ... Ey, komm ey, was steht los? Ich hab mich voll rausgetragen worden, voll rausgetragen. Alles klar, ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, der speichert das. Der wäre natürlich blöd, wenn nicht, aber gucken wir mal. Boah, ey. Komm, den mach mal noch und dann gucken wir mal. Was haben wir denn, 41 Minuten? Oder 47? Das ist natürlich jetzt mehr für einen Geländewagen geeignet hier. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ein sauberes Polen. Mal packen ey, komm! Meine Nase juckt! Warum fährst du gleich jetzt meine Nase? Sau! Ey, hör auf! Ich wollte meine Nase rumjucken ey! Blöge Scheiße! Das war jetzt kein Finzen oder so! Dann echt voll rumjucken! Na gut! Ja! Highway Streife! Wir haben ein großes Rallywind in eurer Richtung! Check doch in this way! Achtung Streife! Benko 3! Wirkliches Straßenrein! Details später! In the left. Die Lebenskontakt abgebrochen! Sie finden aus dir Co. 3! Versorgung wieder auf Erstweiler. Achten auf Zivilisten! Könnte ich eine C-73 haben? Alles klar, Verfolgung, Straßensperre einsatzbereit. Ah, dann kommt er! Platz hinter ihm, Platz hinter ihm, Platz hinter ihm, Platz hinter ihm kommen! Straßensperre gesteitert, wiederhole Sperre negativ, Verfolgung jetzt, Verwiss Zufahrtsstrafe. Ich sehe ihn, ich sehe ihn! Werden Sie mich durchgeschütteln, halten Sie in Kontakt! Vorsicht, er verliert Teile! Ich bin der Kerl, langsam, starte neue Taktik! Schnell bei, wir sind nur 30! Moment, du darfst noch einen Versuch! Hau ab, hau ab! Deck mich doch am Arsch! Boah, hast du das gesehen? Die Sau, ey, voll! Mein 51, scheiße, ich wollte eigentlich aufhören! Das Problem an der Sache ist ja, ähm... Boah, ich war gerade knapp, ey! Wieso? Ich will jetzt aufhören, eigentlich! Ich will... Wo haben wir denn jetzt? Oh, 0 Uhr, ja! Komm, ich bin schon einmal! Komm, wir weiter! Diese Rote spart Zeit, gut geschah! Boat man, wird uns vorgesehen! Das war's. 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 Das war's.